Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen, geilen Tag. Und weil es in den letzten Tagen immer mal vermehrt Gameplay mit Gehirn... Gameplay mit Gehirn... ...darf natürlich auch das Gameplay ohne Gehirn nicht fehlen. Deswegen spielen wir heute meinen Lieblings-Champion, Lee Sin. Na ja, mit dem einzigartigen Playmaker-Skin, der heute wahrscheinlich das Programm sein wird. Ich habe Lee Sin seit dem Mauerfall 1841 nicht mehr gespielt. Ja, genau dieses Datum. Und ja, ich werde mal gucken, was wir so machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen full AD. Das ist der erste Plan. Was man auf jeden Fall ebenfalls sagen kann, ist, dass unser Team voll scheiße ist. Timo Toppen, Aurelion, Draven und Lux. Das ist ein Haufen Kacke. Die haben Zoe supportig, das richtig. Ja, so. Also deren Team ist relativ eklig tatsächlich. Ja, wir machen das Beste raus. Das Beste raus. Ich habe sogar einen Hex-Flash mitgenommen, weil ich denke... Ohne geht einfach gar nicht. Irgendwo werden wir das schon noch im Play machen können. Die Frage ist, wie gut wird der gute Aurelion gegen so ein Yasuo klarkommt. Ich bin unterwegs. Bruder. Aber ich bin... Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Glaube ich. Komm schon. Ja. Ja, wir müssen jetzt hier richtig die Lane schnell reindrücken, damit der Yasuo hier noch ordentlich was verliert. Wir können natürlich auch am Mumu ins Gesicht böllern. Haaaaaaah! Der! Outplayed! Ich habe kein Wort. Okay, mein Wort steht hier. Aber ich habe auch gewusst, dass er so stirbt. Also deswegen habe ich mir gedacht, ja, nee, also vielleicht braucht er das Wort hier ja noch. Ähm, das ist gut. Fein. Genauso wie geplant. Jetzt gehen wir direkt Botlane, weil ich bin Gank Machine. Kick Machine könnte man mich auch nennen. Kick Machine Inc. So wird mein neuer Account heißen. Ich hoffe, die haben kein Wort. Leute, go! Kura! Und jetzt? Kura! Ja, okay. Ähm, ja gut. Das hätte klappen können. Hat's nicht. Problem ist, meine Lanes sind halt, ihr müsst back, Leute. Nicht, dass ich eure Lane fahren will, aber... Kura! Oh nein, der Postboot ist da, really? Oh no! Kanone. Na, dann müssen wir eben choppen gehen. Rip. So, Kick Machine. Kick Machine braucht Schuhe. Ja, das nennt man Multi-Postbooting-Tasking. Keine Minions. Wo ist das hier noch irgendwie? Das ist wenn wir da drücken, meine Schuhe. Send Gangs. Wir senden jetzt erstmal Gangs in die Midlane. Das sieht nämlich wieder gankable aus. Tiamat ist am Start. Er ist Level 6. Das ist ein bisschen unglücklich. Naja, wir haben so ein Schild bekommen. Das ist ja auch was, ne? Yasuo, Passive, 3 Sekunden. Und jetzt machen wir nämlich die Mechanics. Wir gehen Top-Lane, Leute. Wir gehen Top-Lane. Der Timo wird das schon machen. I'm underway. So, und jetzt gehen wir nämlich, passt auf, hier rüber. Gehen jetzt hier rüber. Und machen einfach so. Ja, okay. Ja, das ist gut. Und jetzt kommt nämlich mein Tiamat zum Einsatz. Dieser Tiamat. Heftig. Jetzt können wir nämlich platen. Ich hoffe, er hat kein Teleport. Jetzt wird geplatet. Wer gankt, darf platen und Minions farmen. Das gehört einfach dazu. Ne? Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn der Laner den Kill kriegt, dann darfst du auch hier die Minions nehmen. Brä. Brä. E. Brä. Snap. Guckt euch das an, Leute. Ist das nicht geil? Also, es gibt viele Dinge, aber die sind nicht so geil, wie diese Dinge, die gerade hier passieren. Und jetzt kommt der Tiamat. Bam. Bam. Snap. Flash. Zack. Nochmal eh. Alter, wie wir hier platen. Das ist ja der absolute Oberhammer. Und ihm geben wir jetzt. Ähm. Ich meine, ich könnte ihm Insect. Aber. Ich glaube, wir nehmen eben Ammonium, seinen Red Buff weg. Wenn er nicht kommt. Wenn er nicht kommt. Dann kann ich das vielleicht schon machen. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe einfach für. Aaaaaaah. Ich meine, er ist Level 5, aber er ist Amomo. Er ist ein laufender Kopf. Wir haben hier eine Kelch-Lux. Ich will ja keine Vorurteile gegen Lux-Spiele haben. Böhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.